Herzlich willkommen bei der Mercedes-Benz Automobil AG. Ich darf euch heute unsere neue GLB aus der kompakten SUV-Familie vorstellen. Mit 4,65 Meter ist er anzugliedern zwischen GLA und GLC. Hier darf ich den GLB 250 präsentieren in der Ausstattungslinie AMG-Line mit 4-Matic Allradantrieb, serienmässig mit dem Nachgang Doppelkobis getrieben. In der Farbe Polarweiss kombiniert mit dem Light-Paket. Die weitere Ausstattungslinie im Angebot ist Style und Progressive. Wir stehen beim Heck des GLB. Unglaublich markant, breit, auf Offroad getrimmt, breite Schultern. Von der Optik her würde ich hier erwähnen, in Verbindung mit dem Neid-Paket haben wir getönte Scheiben. Vor allem GLA haben wir den Diffusor in Hochglanz-Schwarz mit den sichtbaren Auspuffblenden. Wir haben sehr ein steiles Heck. Das heisst, ich habe viel Platz drin. Es sind praktische Argumente, die bei diesem Auto auch gelten. Ich habe die Heckklappe auch mit dem Hand-Free-Access. Ich habe ein Lada-Volumen von 570 bis 1806 Liter. Je nachdem, wie ich die Rückbank entweder verschiebe als Option, sie runterlegen oder wenn 5 Plätze nicht liegen, können wir nicht 2 weitere Plätze verkaufen. Wir können hier 7 Plätze anbieten. Ja, ich sitze hier im neuen GLB. Unglaublich. Das Gefühl, das mir das Auto vermittelt. Der Platz ist sehr komfortabel. Die Begeisterung von diesen riesen Fensterfronten. Ich habe eine super Rundumsicht. Wenn ich hinten schaue, der Platz ist beeindruckend, was mir das Auto bietet. Und mit der Lichtdurchflutung. Es ist wirklich sehr schön hier drin. Was sehr beeindruckend ist, ist das neue Multimedia-System, MBUX, das ich über das Lenkrad, über das Touchscreen und über die Mittelkonsole bedienen kann. Ich weiss es nicht. Kennt ihr es? Ich mache euch schnell ein Beispiel. Hey Mercedes. Ja, bitte. Wie ist das Wetter in Bern? Aktuell ist es in Bern bewölkt mit einer Temperatur von 15 Grad. Unglaublich, oder? Liebe Kundinnen, liebe Kunden. Wir freuen uns auf euer Interesse, auf eure Anrufe, auf eure Besuche. Wir kontaktieren uns gerne mit euch einen Termin für eine Probefahrt oder für ein Beratungsgespräch. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bleiben gesund. Gute Fahrt.